Sprechst du Deutsch? Sprechst du Deutsch? Wir sind in Frankreich. Könntest du Deutsch sprechen? Moment. Ja? Ja. Für den ersten Blick etwas machen. Könntest du Deutsch erklären? Das ist besser auf Italisch. Hier sind wir auf der Brücke von dem Rafting. Jetzt gehen wir langsam zu Fuß zu dieser Brücke. Schauen wir mal diese Rafting-Piste. Rafting-Piste und Rafting-Training-Piste. Aber schau dich nicht an. Heute ist es hier. Normalerweise gibt es noch jemanden zum Training. Sag ich griechisch? Ah, schon. Ja, schon. Jetzt haben wir den Rafting-Piste. Wir haben den Potamak. Und es gibt nicht die Welt. Aber es ist eine gute Idee. Es gibt Grieger und Nero. Es gibt keine Probleme. Es gibt keine Probleme. Und es gibt keine Probleme. Aber es ist eine gute Idee. Wir gehen ein bisschen unten, oder? Ja. Wenn wir nach Bölgern sprechen. Das ist eine Rafting-Piste. Sehr interessant. Und wenn es wieder geht. Sie besten haben. Ich denke, wir gucken, was gibt es nicht zu tun. Das ist besser. Das ist alles. Dieses Handy ist für Italien. Die Straße geht nach unten und dann, nach 200-300 m, zurück nach der anderen Seite. Wir sind auf der Kirche. Wir sind auf der Kirche. Wir sind auf der Kirche.